es ist fünf uhr morgens und ich habe nichts zu tun hier für euch das spiel aufzunehmen dieser kampf war so intensiv und emotional wirklich ich bin noch nicht ganz ich bin noch nicht ich ja ladies and gentlemen sekiro ja es geht weiter mechanischer lauf ein mechanischer metall lauf mit dem du bildhauer prothesen modul verbesserungen fertigen kannst kann fertigen kann sitzt scheinbar perfekt im handgelenk der shinobi prothese ein verstärkter kern macht shinobi fangszene noch schärfer okay ja prothesen module verbessern gibt dem bildhauer den mechanischen lauf um prothesen module verbessern zu können du kannst durch die reisenoptionen von einer figur des bildhauers aus oder mit dem heimkehrfigur schnellobjekt direkt zum bildhauer zurückkehlen ok schauen wir mal was kommt jetzt mein gott wirklich das war so das war so intensiv dieser kampf ich habe mich noch nicht erholt ich muss das euch wirklich sagen ich freue mich überhaupt nicht auf die nächsten kämpfe ja ich freue mich nicht ich hoffe dass das das ist hoffentlich das letzte kampf der letzte kampf entschuldigung ja weil das hat mich fertig gemacht das hat mich fertig gemacht ich habe definitiv definitiv fünf jahre von meinem leben verloren also da hinten kann ich hin was ist da schauen wir mal das ist wirklich also das spiel zuletzt plane dass da brauche man kochern ist definitiv stahl oder man könnte auch definitiv heißen definitiv edition wirklich also das spiel zuletzt plane ist wirklich eine sache also das ist nicht normal empfehle ich nicht niemandem ich bin schon ein bisschen wenn ich ehrlich bin ich bin schon ein bisschen also muss ich zugeben schon schön wenn man schafft aber es ist zu schwer leute es ist wirklich ja vor allem vor allem das problem ist dass das ist das problem zu gucken ich zeige dir was das siehst du parieren ich habe dark souls 1 2 3 demon souls bloodbord ich habe nie 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 pariert und jetzt hier musst du manchmal wenn du nicht machst dann ja guten abend so gehen wir weiter zu viel geredet machen wir weiter ja schön wir sind hier angriffskraft steigern endlich alter die option angriffskraft verbessern wurde im figur des bildhauers menü freigeschaltet du kannst dich jetzt kampf erinnerungen stellen um deine angriffskraft zu steigern dadurch fügen deine angriffe vitalität und haltung mehr schaden zu okay danke das ist das reisen fähigkeiten körpermerkmale ja habe ich nicht erinnerung habe ich okay erinnerung stellen angriffskraft verbessern durch konfrontation der erinnerung geobuch nie war okay also man muss die also man muss sowieso machen die boss kämpfe relikt relikt geobu eine erinnerung an den kampf gegen einen starken gegner obgleich die erinnerung weit zurückliegt stärkt es den wolf sie sich wieder zu ver-vergegenwärtigen geobu univa war einst ein berüchtigter banditenanführer in aschina wurde jedoch von ischin bezwungen dieser war derart von dessen stärke beeindruckt dass er ihn als krieger von aschina aufnahmen später wurde univa genichiro genichiro aschinas treuester gefolgsmann schon schön angriffskraft wurde erhöht endlich endlich aber fähigkeiten ist immer noch das gleiche also ist immer noch dasselbe okay ich glaube wir müssen da lang aber leute soll ich da lang gehen ich glaube nicht dass ich da lang gehe sondern wir gehen mal warte ich versuche mal das zu öffnen und dann gehen wir zu diesem schmied oder wie er heißt zu diesem psycho also nein nicht psycho wie heißt er ich habe namen vergessen ja gehen wir zu ihm reden wir mit ihm und dann gehen wir in das gebiet wo dunkel ist da soll man gute sachen bekommen anscheinend das genau weiß ich nicht aber man sollte dort zuerst anstatt hier vielleicht keine ahnung gucken wir mal was jetzt kommt ja okay nein wir gehen nicht da lang wir gehen jetzt nach hause nein nicht das reisen nach wichtige orte also man wirklich man ist wenn man das spiel spielt man ist die ganze zeit angespannt wirklich man ist nicht entspannt man ist angespannt man weiß nicht was kommt und die gegner stressen mini bosse stressen also alles stress so hallo lady die drachenfreude des bildhauers scheint geheilt zu sein ja bringt ihn das von mir ashina sake eine flasche ashina sake von emma sake ist ein getränk das man teilen muss er enthält zwar kein wasser aus der urquelle ist jedoch aus reinstem wasser und beliebt bei den einwohnern von ashina was ist das sein lieblingstee ich dachte es wäre eine schöne art seine genesung zu feiern aha ich bin froh dass ihr gekommen seid werter wohl okay das habe ich nicht alkohol anbieten ashina sake anbieten geben aber es ist ich habe doch erst bekommen es gab früher schon mal eine drachen okay ich versuche mal liegen zu geben er ist auch ein wichtiger mensch für uns du bist auch ein jemand wie ich sehe hast du etwas interessantes gefunden einen mechanischen lauf das ist ein mechanismus der die prothese in ihrem kern verbessert gib ihn mir ich bringe ihn für dich an welchen unterschied macht der lauf mit einem so vielseitigen sockel kann ich verschiedene hilfsmaterialien einsetzen um deinen fangzahn noch weiter zu verbessern hilfsmaterialien hilfsmaterialien sind stoffe die zusammen mit dem lauf verwendet werden können etwa schießpulver und schrott also wenn du so etwas findest bring es mir mechanischen lauf in die shinobi prothese eingebaut okay alkohol anbieten okay ich gebe ihm er hat es verdient da trink ich mein freund hier etwas tee dieser tee riecht ziemlich gut da sage ich nicht nein das habe ich gebraucht dieser tee erinnert mich an emma's vater der vater von emma summer dogen er war ein außergewöhnlicher arzt und hatte ein talent für mechanische dinge oder besser gesagt er war von mechanischen dingen so besessen dass es wohl schon ungesund für ihn war sonst hat er nicht viel ernst genommen aber ich verdanke ihm mein leben und wir können wohl festhalten dass er auch dein leben gerettet hat was soll das bedeuten als ich meinen linken arm verloren habe hat dogen dieses ding gebaut das jetzt zu deinem linken arm geworden ist die erste version war ein reinfall hat überhaupt nicht funktioniert also hat er sie überarbeitet und dann nochmal und nochmal unzählige male was ist los er hat mir gesagt dass ich mit der prothese üben muss um sie richtig einzusetzen also hat emma mich damit genervt kreisel und andere spielsachen zu schnitzen nach diesem ganzen training wurde daraus der shinobi fangzahn oder anders ausgedrückt diese prothese ist dogens vermächtnis sein erbe es ist schon so viel zeit vergangen und obwohl ich das leben eines shinobi aufgegeben habe konnte ich mich davon nicht trennen also shinobi prothese zeigen verbessern aha herstellen nein ich guck mal verbessern wow was das wow what the hell also prothesen module 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 verbessern gib ihm prothesen modul verbesserungsmenü gib ihm prothesen modul verbesserungsmenü verbesserungsmaterialien und sen aus um verbesserte versionen von prothesen modulen herzustellen du musst das grund modul besitzen und alle voraussetzungen erfüllen du kannst du kannst die älteren versionen nach der verbesserung weiter benutzen nach der verbesserung weiter benutzen logisch oder also ok also 200 habe ich nicht 200 100 also ich habe bos getötet habe ich kein geld bekommen einmal arm immer arm also was haben wir hier zum beispiel ah da unten fehlt ja materialien zum beispiel was haben wir hier was ist das lesen wir mal aber da kommt noch andere ne also das das ist dieser wurf stern das ist feuerwerker feuerwerk ist gut aber da kommen noch andere also ich würde das jetzt noch nicht verbessern eigentlich zum beispiel was ist das schauen wir mal ein verbessertes feuerwerk mit sprungfeder verbraucht geistes embleme erzeugt einen lauten explosionsknall mit blitz der feinde zurückstecken lässt und der haltung von tieren schaden zufügt wenn man den federmechanismus auflädt wird das schießpulver effektiver verteilt und die reichweite in alle richtungen erhöht aha halten ok ja unbekanntes prothesenmodul und 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 ja ich glaube ich lass das mal bevor ich jetzt sachen ausgebe weil wir wissen ja nicht vielleicht kommt was vielleicht kommt etwas wo uns mehr interessiert oder egal was ich tue jeder Buddha den ich schnitze ist eine wiedergeburt des Zorns das ist das Schicksal derjenigen die eine tiefe karmische schuld tragen du wirst es verstehen wenn du eines Tages versuchst selbst einen zu schnitzen also brauchst du etwas nein ich habe alles ja egal was ok er wiederholt sich kann ich ja auch noch etwas zum trinken anbieten oder bis ich bin froh dass ihr gekommen seid ich muss sagen habe ich nicht okay gut ja ok tut mir leid ich ja ich habe ihn ich habe mich für ihn entschieden ich hoffe du bist nicht wütend oder so gut ich würde sagen wir gehen jetzt da lang let's do it ja keine ahnung wieso aber mein sechster Sinn sagt gehen wir da lang bin gespannt wow wir haben erst einen Boss geschafft ich will wirklich nicht sehen ich will den zweiten Boss nicht sehen ich hoffe lange Zeit werden wir ihn nicht sehen ohne witz jetzt er will genießen bisschen ich will bisschen das Spiel genießen also ja da ist alles voll ok ok wo bist du Kränmann wo bist du hast du uns verlassen ja er hat uns verlassen aha guck das mal an wow da ist auch noch etwas genau den habe ich auch noch nicht vergessen ne genau da müssen wir auch noch hin schuppen das könnte ich eigentlich offline machen ja also das mache ich dann das dauert zu lange da ist der guck da ist der Kränmann vielleicht sagt er auch noch was habe ich Geld Alter wo habe ich kein Geld wie im echten Leben was ist das nicht immer im Spiel kann man genießen 1 Cent habe ich Ohalan ist das eine Maske wir seid der Sohn des Urus ich glaube das hat er schon mal wir haben schon mal geredet glaube ich wir haben das schon mal geredet wir haben das schon mal geredet wir müssen nicht noch mal reden so jetzt da sind Fische ich will mal wisst ihr was ich will ich will zuerst mal fischen ja aber zum gucken ich will mal gucken nochmal ich habe vergessen ehrlich gesagt was wir mit mit den Schuppen bekommen können das ist ganz wichtig ich denke ich denke komm ok dankeschön ja da ja warte ich komme gleich zu dir warte doch wo sind die Fische hm na toll ja ok reden wir mal ja 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 ich habe ich habe welche dabei so göttliches Gras Vitalität vollständig wiederhergestellt und alles hat aha ah geheime Medizin die die Vitalität vollständig wiederherstellt und alles Status Anomalien heilt ein kleiner Teil von Aschina ok aber gut äh das ist schon geil also das ist ne es heilt dich wow naja äh was haben wir hier was ist das vertrocknete rote Kürbis Flasche ein runder vertrockneter roter Kürbis der mit Heilwasser gefüllt ist das Heilwasser füllt sich beim rasten wieder auf wie wie das Heilwasser füllt sich beim rasten wieder auf reduziert die Ansammlung an Verbrennung und erhöht leicht den Verbrennungswiderstand heilt aber nicht die Brennungen denn heilt aber nicht die Brennen Status Anomalie aber ist gut gegen Verbrennung ok oh man was ist das Maskenfragment fließender Übergang das würde ich gerne haben Kompendium für die Kampfkunst des fließenden Übergangs sie wird mit Erwerb dieses Textes freigeschaltet aha guck ich glaube wenn man das kauft äh hat man neue Fähigkeiten oder nicht ne ich glaube das ist eine Fähigkeit egal ich will das haben ja ich benutze das mal nicht ja 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 ich weiß ok also wie wie man sieht wenn man was sucht was ist das ist nicht zu dunkel oder ich hoffe nicht ja ja ich müsste ich müsste offline hier farmen ne weil so ist blöd aha oh genau ich habe vergessen dass wir schleichen müssen nur ein Hund nur ein Hund ich dachte mehrere sind da ja also wir sind schon leise ne das äh das darf man nicht vergessen so Kollege nur ein Fisch oder was nicht dein Ernst gibt es nicht mehrere aber komisch oder das darf doch nicht wahr sein nur ein Fisch ein einziger Fisch das blöde ist wenn ich jetzt offline farme und dann zeige ich euch das nicht ne und dann bekomme ich das kaufe ich das und dann sieht ihr nicht was ich bekommen habe hm wo bist du kann doch nicht wahr sein ein Fisch oder es kann auch sein dass die wegschwimmen ne vielleicht müssen wir da hoch komm ich hoch ja ja eieiei so viele Fische gibt es nicht na aha hoffs das nein er fü- oha nein er ist weggeschwommen und scheiße ja ja die gehen weg shit shit ich bin am arbeiten warte wo sind die Fische ich glaub ohne witz das darf doch nicht wahr sein Hören sie mich vielleicht? Vielleicht muss ich langsam schwimmen Ah, bitte, wer hat so viel Geduld? Wer hat so viel Geduld? Okay, gut Scheißegal, wir gehen weiter Ne? Ja, ja, komm Gehen wir weiter Vielleicht von oben Vielleicht sehe ich von oben, ne? Komm Hattie? Zu weit, oder was? Hattie So Oh, nein So Stimmt Okay, wisst ihr was? Ich habe vergessen Das, das muss ich auch noch rausnehmen Machen wir das Schatten, Sturm Ja So, da, wo bist du? Fritz Fritz Fritz, wo bist du? Fritz Fritz, frische Fische Wo? Ah, scheißegal Ich komme später wieder Okay, komm Oh nein, er ruft die anderen Oh, man Wen rufst du? Rufst deine Familie, oder was? Boah So Komm Komm Ja Stirr, Bauch Du hast zu lang gelebt, du Nicht schöner Okay So Mal gucken, was jetzt kommt Das ist jetzt mal Überhaupt nicht schwer gewesen, ne? Diese Gegner Wir sind schon Nach so vielen Stunden Ich fühle mich langsam Einigermaßen Selbstbewusst Also nicht viel Ich erwarte Nicht viel von mir, aber Ich bin Also ich fühle mich besser Vor einer Stunde Habe ich mich schlechter gefühlt Habe ich gedacht Oh, Mann Das Spiel Rasiert Aber Ich weiß nicht Ich fühle mich gut gerade Ich hoffe, das bleibt auch so Dass wir so weiterkommen Ist mein Greifhaken besser geworden? Ah, guck Da kann ich speichern Alter, ich habe das doch freigeschaltet Oder nicht? Okay Man sieht nichts Wow War ich nicht schon hier? Keine Ahnung So Geistesembleme kaufen Nein Warte mal Guck mal, wie viele ich habe Oh Was ist passiert? Ich hatte mehr Komm, kaufen wir So Das ist wichtig Geistesembleme sind wichtig In diesem Spiel Okay Langsam Alles anschauen Und Wenn möglich Die Gegner Nicht direkt angreifen Was ist das? Ah, du schon wieder Ah, nein Das Ah Okay Die Musik ist auch so melancholisch, oder? Ich bekomme Ginshaut Wirklich Ich liebe das Geige Was ist das? Was habe ich bekommen? Geisterembleme Wir müssen ganz, ganz ruhig Was ist das? Ja, danke Ich habe schon Psychomusik, ey Alter Ich habe Angst Die Musik ist schon krass Komme ich nicht da Wieso komme ich nicht da hoch? Das ist schon Blöd, oder? Aha Aha Wo ist der Eingang? Keine Oh, fuck Ich gehe mal so Gehen wir mal so So Ich gehe da reingehen Aha Er kommt Komm, komm Komm, mein Freund Komm, komm Ich zeige dir Ich werde dich küssen Überall Also Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich kann nicht mal auf ihn springen Was ist das? Nicht mal das habe ich geschafft Kommen sie Komm, komm Aber die KI ist nicht so hell, oder? Finde ich gut Gefällt mir Oh nein Oh, oh Er will schießen Okay Aha Sieht er mich von hier? Also wenn er mich jetzt nicht sieht Weiß ich auch nicht Boah Komm Warte Ah Scheißdreck Warte Alter Nein Ich sterbe jetzt Okay Okay Was soll ich sagen? Guck mal Anstatt hier Ey Ihr seid so Penner Guck, guck, guck Wie schnell schiebt er Was los? So Wo ist dein Wo ist dein Kollege? Oha Mach schnell So Hast du den falschen An den Beinen gepisst Oder Oder so Ja Was ist das? Asche Ja Das ist auch sowas Nur Asche Oder Keine Ahnung Was man bekommt Also schöne Sachen Gibt es nicht Leider So wie Rüstungen Und so Kann sowieso vergessen Und Waffen Habe ich Ja Habe ich auch Keine Erwartungen Mehr Nach so vielen Stunden Nicht mehr Und jetzt So Keramik Keramik Splitter Wo bist du? Habe ich nicht ausgerüstet Komm Komm alleine Komm alleine Komm alleine Komm alleine Kommt er Shit Schneid ihn So So Schleichen So geht Schleich Wo Schleich Ein Mann Schleich Nicht So Oh Oh mein Gott Ist jemand Hintermild Was ist das? Ah da Guck Keine Ahnung Ich glaube Da ist Aha Oh Oha Guck 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 Was macht Er So Ich glaube Diese Verbrennungszeugen Müssen wir kaufen Ey Ohne Scheiß Weil Sieht gar nicht gut aus Leute Sieht gar nicht gut aus Weil Wie es aussieht Werden wir immer wieder Verbrennt Verbrannt Verbrannt Kügelchen Juhu Kügelchen Okay Schon dunkel Geheimgang Ich kenne Ich habe Dark Souls gespielt Ich kenne die Alles Diese Geheimgänge Werden ich nicht kennen Wer kennt So Geld Ja Da oben Blöd dass man nicht da hoch Wieso Nur bei den Bäumen kann ich Komisch Ja Wenn man Die ganze Zeit das Gefühl hat Ja du verpasst gleich Du verpasst hier was Ne Ist das da Aha Akkus konflikt Das ist Angriff Okay Benutze ich Ich vergesse eh immer Zu benutzen Also das habe ich schon In Dark Souls gehabt Bekomme ich so viele Items Immer auf die Seite liegen Ja ja Ich benutze das Das ist für die schlechten Zeiten Und dann Wo benutzt du Spielst du Spielst du Spielst fertig Und du wirst immer noch benutzen Also Haben wir jetzt alles angeschaut Hier Ich will ja nichts verpassen Modul oder so Oha Komm Schlaf Schlaf du schlaf Lass dich nicht stören Nein Mein Mann Mann Okay Tschüss Wie viele Oha Warte Komm Komm doch Komm Komm doch Komm 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 Oh, oh. Ai, 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 ai. Mann! Was ist das? Ey, wo bist du denn? Warte, 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 ich komme zu dir, warte. Stress mich nicht. Stress mich nicht. Hab sowieso nicht geschlafen. Ja, Leute, ich bin wirklich seit lange, lange Zeit wach. Aber ich kann einfach nicht aufhören. Ich muss das Spiel weiterspielen. Sushi, wollte ich sagen. Sushi! Aha, du stresst. Hä? Hast du ge... Warte mal, was ist los? Wie kannst du nur? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Stimmt. So. Alter, guck mal, blind, oder? Also, ich... Ich bin mega, äh, schlank. Ich meine, leise. Oh, oh, oh. Ja, ja. Mann, du Blödmann. Mann, du Blödmann. Okay. Stirb! Und? Undi! Nein! Pfff! 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 Oh! Oh! So. Was ist denn? Hasta la vista, Baby! Gute Nacht. So. Mein Gott. Schön! Wir kommen gut voran. Hätte ich nicht erwartet. wirklich nicht, ich hätte das jetzt ohne Witz, ohne Witz, ich meine das voll ernst, Leute ich hätte nicht erwartet, dass wir so gut vorankommen, wir haben ein bisschen geweint, wir haben ein bisschen gemeckert aber es ist schön, weil warum ist es schön, weil, guck so schön, wir kommen weiter, wir haben ein Leben noch die Gegner sind tot was willst du noch? was willst du noch? Löschpuder, okay ich brauche noch ein paar Schuppen und dann bin ich der glücklichste Mensch every time ja okay, gib, gib gib alles, was ist das? Flammenlauf was ist das? ein Eisenlauf, der Feuer spuckt kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul genutzt werden ah ich weiß, was das ist es ist schwierig, die Wut der roten Augen mit der Kraft von Menschen zu kontrollieren Feuer ist jedoch überaus wirksam gegen sie sie sollen Feuer mehr als alles andere fürchten oha ich weiß, was das ist das ist gut, Leute oh, das ist voll gut wir müssen gucken da müsste noch etwas sein, glaube ich ne? aber wo? gut das heißt, wir haben dann drei Module langsam langsam, langsam sind wir drin mitten drin ok ich hasse wisst ihr, was ich hasse? wenn man etwas verpasst oh ich hasse sowas deswegen gucke ich mir alles genauer an so genau wie geht bis die Augen rausfallen wir müssen da lang, glaube ich ne? habe ich jetzt alles ja wie es aussieht was ich bisschen schade finde aber wirklich minimal also irgendwie stört es mich auch nicht wieso stört mich das nicht? ich will auch nicht, dass das ein Batman Spiel ist oder ein Spider-Man wo man überall hinschwingen kann aber irgendwie stört mich schon wenn ich zum Beispiel hier hoch nicht schwingen kann ich muss äh entweder so ne? äh irgendwie das mit dem Springen habe ich noch nicht drin also ich weiß nicht wieso weil ich kaum Spiele spiele wo man springt vor allem solche nicht ne? oh mein Gott scheiße meine Güte normale Gegner machen so viel Schaden dies ist nicht normal zum Beispiel ich würde gerne da hoch guck aber es geht nicht das sowas meine ich halt aha ist das ihr wertlosen Bastarde seid gegrüßt Elite ihr seid ein Shinobi wenn ich mich nicht irre nehmt die Shinobi Axt aus aus dem Tempel und spaltet ihnen ihre Schädel bitte natürlich dein Wunsch ist mir Befehl Miyagi ok wohin ich denke da gehen wir mal da da fühlt es sich überall an aber wie groß was das konfekt des Shinobi Jäger des Misen Tempels von Gokan gesegnet reduziert für kurze Zeit den Schaden der Haltung man muss darauf beißen und die Gokan Haltung einnehmen um seinen unmenschlichen Segen zu erhalten Misen Mönche sind mit Techniken zum Töten von Shinobi vertraut einem Unterfangen das einen Körper mit einem unterschütterlichen Kern erfordert oha oha aha das ist sicher Abkürzung nein bitte ist das eine Abkürzung wenn ja wohin die habe ich alle schon beschnitten ah guck das ist die Abkürzung oha gut ok so da müssen wir durch ich habe keine Heilung mehr fuck aber ich will gerne weiter gehen oha Trutan stirb trutan kolo kolo so ohne Boss ist das Spiel so schön wirklich macht so Spaß wenn man so schön vorankommt ohne auf die Ding zu bekommen auf die Ding boah sieht schon gesund aus nein oh mein Gott was ist das Trutan was ist los du willst mich töten bitte aber was ist das die wohnen da ich glaube die wohnen wohnst du hier da ist was gutes glaube ich so also wenn du mir Probleme machst weiß ich auch nicht juh Kügelchen gut gut ich brauche ich brauche noch mehr ich brauche Samen für die Bluten Heilung ok da ist nichts da ist auch nichts glaube ich ich glaube wir haben hier was habe ich bekommen ist nichts also nichts interessantes das Lied könnte von einem Horrorfilm sein The Shining das ist dein Ende da müssen wir da habe ich auch aha ah laufen schon ok Tut mir leid, dass mein Schädel so dick ist. Okay, also, ähm. Wir müssen... Also, da war ich jetzt, ne? Da sind wir reingekommen. Ja, da müssen wir hin jetzt. Zuerst mal die beschneiden. Psst. Bleib bei mir. So, weg die anderen nicht. Oh, okay. So, auch kein Problem. Ja, ja, wir sind schon drin langsam. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Da öffnen, nein, warte. Leichter Geldbeutel, okay. Da ist nichts, Tomam. Wir müssen... Ja, da. Was ist das? Tempel. Oh, er betet gleich. Er macht gleich Shinobi. Shinobi-Style. Ja. Schon schön. Die Umgebung. Man ist wirklich drin im Spiel. Ne? Ist nicht so. Was ist das? Friedhof. Was haben wir hier? War ich da schon? Keine Ahnung. Ich glaube. Ich sehe sowieso doppelt. Daher... Okay, gehen wir mal da rein. Ja. Oh. Was ist das? Oh mein Gott, ich erwarte etwas Großes. Shinobi-Axt des Affen. Eine schwere schwarze Eisen-Axt, die von Shinobi verwendet wird, wird in der Shinobi-Prothese zum funktionsfähigen Prothesen-Modul. Die gewalttätige... Nein, die gewaltige Axt schneidet wenig, sondern zerstört mit ihrem Gewicht. Sie war einst die Lieblingswaffe eines Shinobi, der als springender Affe des versunkenen Tals bekannt war. Er verlor sie zusammen mit seinem linken Arm. Ja, Leute. Was soll ich sagen? Uns geht es gut. Ich habe zwei Prothesen. Und es geht uns so gut, dass ich nicht zurückgehe. Ich gehe weiter. Obwohl, langsam überlege ich, soll ich zurückgehen. Weil keine Heilung. Wir haben neue Sachen. Aber gut. Ich will mal... Ich gehe mal ein bisschen weiter. Was ist das? Oha. Also ich hätte nicht gedacht, ohne Witz jetzt. Als ich zum ersten Mal Sekiro gesehen habe, den Trailer und das Spiel, war ich irgendwie nicht so überzeugt. Ohne Witz. Ich habe gedacht, ja, schon schön. Okay, das ist keine Türe. Ist schon schön und so, okay. Aber, ja, ich hätte was anderes gewünscht. Boah. Aber jetzt, wenn ich ehrlich bin, es gefällt mir. Also, wirklich, es macht Spaß. Guck mal. Schon schön. Guck mal. Wow. Die Atmosphäre ist Hammer. Genau, mein Geschmack, muss ich sagen. Wer bist du? Ach, den. Ich grüße euch, mein Herr. Erbeutet ihr auch gerne Dinge? Natürlich. Ich habe kein Geld. Ihr seht aus wie ein Shinobi, glaube ich. Sucht ihr was Bestimmtes. Aber egal. Ich war bereits vor euch hier. Seid wachsam dort draußen. Ach, übrigens, auf dem Weg hierher habe ich eine dreistöckige Pagode auf einer Klippe entdeckt. Eine wirklich edle Pagode. Ich wette, dass dort irgendein Schatz versteckt ist. Muss einfach. Zumindest glaube ich das. Okay. Ich grüße euch, mein Herr. Seid wachsam dort draußen. Auf dem Weg hierher habe ich eine wirkliche... Ich wette, dass zumindest... Er wiederholt sich. Ich grüße euch, mein Herr. Okay, gut. Danke. So, kann ich das öffnen? Nein. Ist mein Greifhaken auch verbessert? Ich glaube, oder? Nein, warte, da ist Lauschen. Los, abmachen. Sonst setzt's was. Ich kann euch da drin flüchern hören. Wenn ihr euch jetzt nicht angeht, werdet ihr später bereuen. Könnt ihr mich hören? Sag doch was. Okay. Und was ist da? Ist jemand da? Nein, oder? Boah. Ich glaube, wir müssen da weitergehen. Gut, aber natürlich zuerst mal die. Ah, scheiße. Hat nicht geklappt. Oh, nein. Ich gehe jetzt auf dem Weg. Okay. Scheiße, egal. Egal, egal. Alles gut, alles gut. Alles gut. Schauen wir mal, was da ist. Ja, ich hoffe, es ist okay für euch, dass ich so lange Parts mache. Ich mache das extra damit, erstens, wir vorankommen im Spiel, zweitens, dass das nicht allzu lange dauert und immer so 20 Minuten passt. Das dauert dann ewig, bis das ganze Spiel hochgeladen wird. Deswegen lieber so 50, 45 Minuten Parts. Ich denke, das ist gut. Was ist das? Da ist was. Der Zeitpunkt ihres Angriffs war perfekt. Normalerweise hätten diese Banditen keine Chance gehabt. Ja. Ja, ihr müsst es gewesen sein. Sterbt! Sterbt! Verräter! Oh, oh. Hier. Hier seid ihr. Wozu seid ihr gut? Okay. Er wiederholt sich. Ich dachte, er kommt jetzt raus und küsst meine Augen. Aber gut. Bleibt drin. Bleibt drin. Besser für dich. Lauschen. Oh. Oh. Jetzt versucht euch nicht zu bewegen. Dadurch werden eure Wunden noch schlimmer. Nein. Ich muss gehen. Unter den Banditen befindet sich ein Shinobi-Jäger. Er besitzt die Frust ist keinen, wenn ich mich ihm nicht stelle. Kommt nicht in Frage. Nicht in eurem Zustand. Okay. Ich dachte schon, der kommt jetzt auch raus. Kann ich mal laufen. Ah, da ist noch was. Wer, wer seid ihr? Ich bin kein Dieb. Ihr, ihr gehört zum jungen Herrn. Oh, dem Himmel sei Dank, edler Shinobi. Diese dreckigen Banditen haben es auf den jungen Herrn abgesehen. Sie haben bereits den Hügel erklommen und das Anwesen in Brand gesteckt. Sieht aus, als gäbe es für den jungen Herrn keine Fluchtmöglichkeit. Ich flehe euch an, Shinobi. Rettet den jungen Herrn. Ich vertraue euch das an. Gegen Mittelpuder. Okay, gegen Gift ist das. Gut. Ich hoffe, dass euch das hilft. Das werde ich. Oh, Mann. Der junge Herr müsste noch irgendwo auf dem Anwesen sein, edler Shinobi. Bitte rettet den jungen Herrn. Möge das Kriegsglück mit euch sein. Okay. Der junge Herr. Gut, sie wiederholt sich. Also, was machen wir jetzt? Kann ich auch mit denen reden? Nein, kann ich nicht. Reinkommen kann ich auch nicht. Ich glaube, wir müssen, wir müssen jetzt da hoch gehen, ne? Ei, 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 ei. Okay. Da ist bestimmt ein Boss, Leute. Ja, kann ich mir definitiv vorstellen. Komm hoch, bitte. Da kommt bestimmt ein Bosskampf. Ja, guck, alle sind da. Fuck. Wie soll ich das machen? Einfach angreifen, ne? Oh nein. Komm. Oh, komm alleine. Komm doch alleine. So. So. Gib ihm. Stirb. So. Gut. Ja. Nein, nicht. Oh. Oh. Nicht die beide. Okay. Scheiß drauf. Let's do it. Ja. Da müsste man, glaube ich, mit dem Axt, Prothese, die angreifen, ne? Glaub ich. Okay. Aha. Oh, Mann. Gib ihm. Ah, scheiße. Bloß nicht sterben. Komm. Was ist das? Oho. 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 Was machen wir? Komm. Nur ein Kügelchen benutze ich mal, ne? Ja. Okay. Kann ich ihn nicht anders besiegen? Scheiße. Kommt. Kommt. Geschafft. So. Okay. Dich lass dich mal am lieben. Mal gucken. Aha. Was kommt da jetzt? Guck mal, wie er immer noch schleicht. Hahaha. Lass dir Zeit, Moruk. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Oho. Ähm. Ja. Was machen wir jetzt? Oh. Was ist los? Guck ich nicht hoch? Also da runter können wir noch, ne? Was ist das? Hm. Ähm. Ja. Ich weiß nicht. Ohne Heilung, ohne nichts lohnt es sich jetzt da hinzugehen. Ich hab, ich glaube nicht. Da ist auch noch was glaube ich. Oha. Pfff. Oh Gott. Oh Gott. Ah, Geheimgang. Aha. Und da unten? Was ist da? Keine Ahnung. Kann man da auch ins Wasser? Sieht aber nicht so aus. Okay. Okay. Ich würde gerne jetzt mal speichern. Das wäre echt, äh, schön. Das wäre echt schön, schön. Ah, die gibt's aber nicht. Boah. Kann man da hoch? Was ist das? Nee. Da kannst du nicht hoch. Hm. Nein. Oh mein Gott. So. Bronsiert. Aha. Oh. Das verbraucht der Leben. Oh nein. Oh, oh, ha. Aber gibt's hier gar nichts? Kann doch nicht sein. Fische vielleicht? Nee. Er sieht mich, oder? Ich glaube, er sieht mich. Fuck. Oh, Stoßangriffe kontern. Stoßangriffe können nicht geblockt, aber dafür pariert werden. Mit dem Mikri-Konter kannst du auch Stoßangriffe kontern. Aha. Das habe ich ja so. Und bei erfolgreicher Durchführung der feindlichen Haltung mehr Schaden zu finden als mit gewöhnlichen Parieren. Also, ja. Ich habe jetzt keine Lust auf dich. Ich will den zuerst besiegen. Weil. So. Da bist du, hm? Ei, 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 ei. Nein, ich werde sterben. Ich werde sterben. Ja, ich werde sterben. Oh, komm hoch. Alter. Kommt da noch eine? Oh ja, da kommt noch jemand. Da kommt noch jemand. Jetzt. Was soll ich machen? Ja, wir haben 56 Minuten. Ich späne dir hier den, äh, die Part. Den Part. Die Part? Den Part? Die Part. Ich glaube, die Part. Oder den Part. Ich weiß es nicht. Also, Leute. Ich bleib gesund. Wir sehen uns. Ich hoffe, dass, äh, die Part hat euch gefangen. Genau die. Wir sehen uns. Bis dann.